Klomberg mit zwei Toren. Also ich glaube mit dem Publikum hier wollen, die die Punkte hier behalten in der Restart-Halle. Kim Reiz-Navidius, da drüber ist nicht immer so einfach, aber sie bringen gut in der Zusammenarbeit, Tochter und Block. Auch die klassische Auftakthandlung, schön gehalten. Ich glaube, das ist aber ein Winkel, den sie durchaus verwerten kann. Gut gemacht von Melanie Veith, erfahrene Torfrau, die sich da gleich mal auszeichnen kann. Und das war dann jetzt so ein Abpraller, von dem wir eben gesprochen haben. Undankbar als Torfrau. Ja, das war nicht gut gespielt. Der Pass war nicht genau. Also ich meine, Bensheim ist ein Übertal und kassiert jetzt... Ja, Hallen von Worden. Ja, der war... Er freut sich wahrscheinlich auch und hat sich offensichtlich was ausgedacht und vorbereitet. Mit guten ersten viereinhalb Minuten. Ja, das ist zu einfach. Ja, und da haben wir natürlich auch diese Rückruf. Respekt vor so einer starken Torhüterin. Ja, man merkt natürlich auch, dass es ein wichtiges Spiel ist. Also auch für die Bensheimerinnen. Auch wieder gute Einzelaktionen. Ja, aber das ist dann wieder mit Blockhilfe. Jetzt geht es wieder schnell. Da passt der Rückzug nicht. Und dann auch schon verworfen. Für mich ist das Problem definitiv im Angriff. Weil die Bälle, die sie nicht reinmachen, dann entstanden diese zwei Kontortungen. Jetzt aber an den Kreis. Was machen die Bensheimerinnen draus? Guter Rückzug erstmal. Schön. Gute Einzelaktionen. Ja, stark gemacht. Ja. Sie haben natürlich auf allen Positionen richtig gute Spielerinnen. Also Rückraum links, Rückraum rechts ist Rückraumgefahr. Am Kreis die Kapitän und die Außenspielerinnen wissen auch, wie man wirft. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ah, ja. Sie arbeiten gut um den Kreis. Ja, ein wichtiger Ballgewinn. Das Tor ist leer. Das war jetzt ganz nummersicher. Es ist ja nicht so, dass Bensheim kein Tempospiel kann. Sie müssen nur reinkommen und müssen Gelegenheit dazu kriegen. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Definitiv. Also beide außen. Sowohl Sarah Decker als auch Lili Akonedo. Das ist eine super sichere Bank. Und das ist sehr wichtig, die da aus diesem Wurf rauskommt. Ähm, das ist dann nicht so, dass gegen die Rückraumkraft der Blombergerinnen ankommen. Ja, wir sehen beim Blomberg irgendwie aus allen Positionen Würfe. Wir haben schon vom Kreis von rechts aus und links aus ein bisschen weniger. Es waren, glaube ich, schon drei, die sie von der Decke gehalten hat. Ja, das war jetzt der zweite oder dritte, hätte ich auch gesagt. Ja, da darf man. Das ist zu passiv dann. Gegen Letizia Quist. Das hat sie jetzt, glaube ich, 20 Minuten lang gezeigt, dass sie... Da hat Leni Ruwe auch kleine Größenvorteile gegenüber Isabel Guist, glaube ich. Aber... Die gefällt mir richtig gut. Leni Ruwe. Alles wieder gut gemacht. Stark erhalten von Vanessa Fehr. Ja, aber wieder... Ja, Leni Feith ist wieder da. Dass sie das alles auf mehreren Schultern verteilt ist. Ja, definitiv. Sie müssen das natürlich auch jetzt mal klar ausspielen. Dass das Übertal jetzt eben immer... Ja, beide Träne lassen ihre Leitenssträger drin, wenn sie auf beiden Seiten. Aber in Benzheim einfach auch... Oh, starkes Ding. Ich muss eine gehen. Ja, das ist auch. Ja. Ja, die vier Gräste gleichen Meinung. Die erste Halbzeit haben sie sehr stark angefangen, aber jetzt die zweite da, die geht auf jeden Fall für Benzheim. Das ist ja eh immer eine einheizende Gelegenheit, wenn man mit den Schiedsrichter-Situationen oder Entscheidungen nicht zufrieden ist. Schön gemacht, gut gelaufen. Sollen wir mal ab und nach Viertelstunde ungefähr in der ersten Halbzeit. Was auch wirklich deutlich besser wurde aus dem Zugraum. Auch auf dem Feld verliert das nicht stärker, die zwei Minuten Strafe hat. Sie lacht das immer wieder. Und die macht das so gut, sie setzt sich so gut durch. Sie findet eine Lücke, die irgendwie gar nicht da ist oder existiert, aber sie findet sie. Schöne 3 gegen 1. Wobei sie auch schon in der ersten Halbzeit eine der wichtigeren Spielerinnen war. Und Sarah Decker nochmal. Ja, wieder kurz. Dieses kurze Eck macht Melanie Feithold glaube ich nicht mehr frei. Weil die Vanessa wir bekommen. Ja. Das sind natürlich blöde dritte zwei Minuten jetzt. Also das ist... Jetzt muss sie aber aufstehen und gehen. Wegen... Das wird sie selber am allermeisten ärgern. Ja. Ah. Einen starken Rückkommen heute dabei. Wieder. Flomberg wird das nicht verlieren. Ja. So wie seine Mannschaft jetzt gerade spielt. Das Auftreten von den Spielerinnen und das... Ja gut. Ja, Ballgewinn, ein wichtiger. Friedberger, der muss rein. Nein. Das kann schon sein, aber offensichtlich sind bis auf... Also so viel haben sie jetzt nicht gewechselt. Viele Spielerinnen haben jetzt bisher auch durchgespielt. Also das nur auf die Kraft. Wahrscheinlich auch zu einfach. Wahrscheinlich. Schade, dass das nicht mit dem Tor belohnt wird noch. Ja. Nichts mehr geändert hätte. Ja. Und Leni Ruwe. Macht den Deckel zu mit ihrem fünften Treffer. Glückwunsch nach Blomberg. Absolut verdienter Sieg. Definitiv. Also es hat Spaß gemacht auch zuzuschauen. Ja. Ja. Auch der Trainerkreis hüpft da hinten zurecht. Ich hole miră just. Ja. Ich hole mich. Ich hole mich. Ich hole mich. Ja.